Yo Leute, ich halte mich auf jeden Fall kurz, der behagere Boogie Emote gibt es auf jeden Fall bei Pigo Keys, meinem neuen Partner, Link unter der Videobeschreibung mit dem Code FRPZ-YT, bekommt ihr 5 Euro Rabatt, das heißt ihr zahlt nur 24,99 dafür, checkt das Ganze aus, Link unter der Videobeschreibung, kurz redet raus an jeden Supporter, Dankeschön. Was geht ab Leute, euer Frapsys hier, heute mit einem neuen Video, heute in dem Video zeige ich euch auf jeden Fall 4 neue Packs, die wir in Fortnite erhalten werden und eins davon ist natürlich extrem speziell und zwar das Galaxy Pack, welches natürlich, denke ich mal, unnormal gehypt ist, worauf alle von euch warten und wo, denke ich mal, alle von euch zuschlagen möchten. Doch bevor es mit dem Video losgeht, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von dem aktuellen Update haltet, ich werde noch ganz kurz später was sagen zu den Autos, da bleibt ihr am besten auch nochmal dran und wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Abo da und checkt die Videobeschreibung aus, um zu meinem Partner Pigo Keys zu kommen für günstige Game Keys und den behagere Boogie Emote, mit dem ihr mit dem Code FRPZ-YT 5 Euro Rabatt bekommt. Jetzt geht es aber auch schon direkt mal mit dem eigentlichen Thema des Videos los und zwar mit den ganzen Packs. Ich würde sagen, wir fangen mal mit eines der coolsten Packs an, aber nicht das coolste und zwar das Sommerpack. Das, meine Freunde, was ihr gerade hier im Hintergrund sehen könnt, ist das neue Sommerpack und wie ihr sehen könnt, sind hier drei Skins mit dabei. Einmal haben wir ganz links eine echt schicke Dame, mir persönlich gefällt das von der Optik her echt extrem. In der Mitte haben wir eine geschillte Banane, das ist auf jeden Fall unnormal coole Idee, unnormal geil, feiere ich auf jeden Fall. Auf Ansage, das wird auf jeden Fall einer meiner Lieblingsskins, weil das sieht einfach so geil aus, Freunde. Dann wisst ihr ja, wie das davor aussah, so normale Banane, geschillte Banane, ist eine coole Idee, real talk. Und ganz rechts haben wir dann, ja, den Waxen-Skin aus diesem Pack, würde ich mal sagen, irgend so eine bunte Tante. Ich weiß selber nicht, feiere ich einfach nicht so von der Optik her. Ganz rechts außen haben wir dann nochmal Rücken-Accessoires von den jeweiligen Charaktern. Hier muss ich sagen, dass rechts oben von der Banane das Rücken-Accessoire jetzt nicht so krass ist. Das in der Mitte auch nicht und das ganz unten ist akzeptabel. Also es ist besser als die anderen, aber es ist auch nicht sowas, was ich gerne benutzen würde. Ich persönlich würde bei der Banane das gestrickte Bananen-Rücken-Accessoire von dem Charakter, von dem Äffchen-Charakter benutzen, glaube ich. So würde ich die Kombination spielen. Dann, Freunde, war es erstmal hier mit diesem Sommerpack. Das Sommerpack ist man sich noch unschlüssig, ob das Ganze ganz normal in den Store kommt, wo wir kaufen können. Oder ob das Ganze in den jeweiligen Stores auf eurer Plattform als Geldpaket in den Shop kommt. Das bedeutet, wir zahlen vielleicht so 10,99 Euro, kriegen das Pack. Oder in Fortnite zahlen wir 2000 V-Works und erhalten dieses Pack. Deswegen, man ist sich noch unschlüssig, aber ich persönlich denke, dass es in Fortnite reinkommen wird. Genauso wie dieses Legend-Rising-Gold-Paket, was wir da hatten, wo diese ganzen Chaos-Charakter und so in Gold waren. Und die, genau so wie die reingekommen sind, so werden, denke ich mal, auch die nachfolgenden Packs ins Spiel kommen. Dann, meine Freunde, geht es eigentlich auch schon weiter. Das war das allererste Paket. Dann geht es auch schon zum Paket, und zwar Spitzhacke-Rücken-Accessoire, würde ich jetzt sagen. Hier könnt ihr auf jeden Fall einmal die Spitzhacken erkennen. Das sind so, oder Rücken-Accessoires. Wie gesagt, es ist sehr schwer zu unterscheiden, ob das jetzt Spitzhacke-Rücken-Accessoire ist. Es kann beides sein. Sage ich euch, wie es ist. Also die Eisschallendinger da oder die Eiskugeln, ich weiß gar nicht mal, wie man das nennt, Eiskugelproduzierer. Das könnten Spitzhacken und Rücken-Accessoires sein. Aber auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall die zwei Eisdinger und das Pizzastück Safe-Call-Rücken-Accessoires sind, die, by the way, mega geil ausschauen. Vor allem das Pizzarücken-Accessoire mit Käse-Rand, zu wild auf jeden Fall, feiere ich auf jeden. So von der Optik her, nice. Und nochmal 10 von 10 würde ich sogar geben, auf Doppelkin-Basis. Und ja, die Eisdinger da, die gehen klar. Diese Eiskugeln-Maker oder was es ist, das ist auch nicht so meins. Deswegen, hier aus diesem Paket würde ich mich eigentlich nur über dieses Pizzastück freuen. Soviel auf jeden Fall zum zweiten Paket, und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Paket. Und das ist auf jeden Fall auch ein Paket, was ich persönlich eigentlich echt gerne feiere, so. Von der Optik her, mega nice. Das, meine Freunde, soll angeblich auch ein Spitzhacken-Paket sein. Aber, das haben die, glaube ich, falsch aufgeschrieben, weil der Gartenzwerg ist halt safe eine Spitzhacke. Das sieht man schon direkt, denke ich mal. Aber dann hier dieser Stein, dieser Stuhl und der Fernseher, das, Freunde, können einfach keine Spitzhacken sein. Denn, wie soll das dann bitte aussehen? Ihr wollt ja nicht mit einem Fernseher einen Stein kaputt schlagen oder beim Abbauen einen Baum oder so. Deswegen, es macht auf jeden Fall gar keinen Sinn. Deshalb denke ich auf jeden Fall, dass es Rückenaccessoires sind. Von der Optik her auf jeden Fall mega nice. Sowas feiere ich in die Richtung. So alte Sachen, wo man immer wieder mal miterlebt hat von den alten Seasons. Ist cool, auch hier dieser Sitz oder sowas, dieser Sessel, auch ganz cool gemacht. Echt, echt, echt geile Idee von Epic Games. Deswegen, Freunde, also da haben die echt einen guten Job gemacht. Ich persönlich feiere hier am meisten einmal diese Steinskulptur und einmal den Fernseher. Die anderen zwei sind jetzt nicht so krass, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem nice, dass das Ganze drin ist. Dann, Freunde, kommt es jetzt zum heftigsten Pack. Und zwar das Galaxy Pack. Das Galaxy Pack, ihr wisst ja selber, wird nachdem das Turnier veranstaltet worden ist, in den Itemshop kommen. Und dort können wir dieses Pack dann ganz normal für V-Bucks kaufen. Doch was ist jetzt alles in diesem Pack denn mit vorhanden? Wie ihr sehen könnt, Freunde, ist natürlich der Galaxy Skin an sich vorhanden. Sie selber von der Optik her habe ich ja bereits bewertet. Aber hier kann ich das Ganze gerne nochmal wiederholen. Unnormal geiler Charakter. 10 von 10, aber die Haare gefallen mir einfach nicht. Wenn sie eventuell lange Haare hätte, wäre das ein bisschen cooler gewesen. So würde ich jetzt nur eine 8 von 10 vergeben. Keine Ahnung warum, aber ich feiere das einfach nicht so mit diesen kurzen Haaren. Sieht einfach nicht geil aus. Dann haben wir auf jeden Fall ein Emote am Start. Und zwar sehen wir den hier nicht. Aber so wie dieser Charakter hier sitzt, Freunde, so einen Emote werden wir erhalten. Und das wird denke ich mal im Charakter selbst inbegriffen sein. Da müssen wir nochmal schauen, wie genau das Ganze auf jeden Fall gemacht wurde. Natürlich gibt es hier auch noch eine Spitzhacke. Die können wir rechts sehen. Finde ich auch extrem cool. So von der Optik her feiere ich. Also echt eine geile Auswahl meiner Meinung nach. Dann haben wir links oben einmal dieses Rückenaccessoire von ihr. Ist so ein schwarzes Galaxy Loch. Man kann dann da halt durchsehen. Dann sieht man halt das Galaxy Universum. Und ganz oben haben wir noch einmal den Gleiter. Äußerst interessante, geile Sache auf jeden Fall. Alles was ihr hier sehen könnt, feiere ich von der Optik her. Unnormal nice, unnormal cool gemacht. Auf jeden Fall. Und dazu natürlich gerne auch eure Meinung in den Kommentaren, Freunde. Extrem geil gemacht einfach. Dann geht es auch schon weiter. Und zwar, Freunde, switchen wir dazu kurz rüber auf den Hauptbildschirm von der Playstation. Und hier könnt ihr sehen, dass neue Stile am Start sind. Und zwar vom Partyprügler ist hier eine dunkle Version am Start. Der hat auch ein Rückenaccessoire und zwar Lama Horn Schild. Dieses Schild feiere ich. Also das sieht extrem böse aus. Dann haben wir noch von der Spitze eine weitere Version, die auch extrem geil ausschaut. Also das Paket an sich ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Dann haben wir hier ein Rückenaccessoire. Ein neuer Stil und zwar so eine schwarze Version. Schaut auch echt geil aus. Dann haben wir hier passend dazu eine neue Stilvariante für Giftschneide. Die sieht auf jeden Fall besser aus als die Originale. Und dann haben wir für Vespia auch eine schwarze Version. Und das auch noch. Also das von Nachtleben, keine Ahnung warum das so ein verbuggtes Symbol da unten hat. Aber von Nachtleben gibt es auch eine neue Farbe. Und zwar rosa. Kann man auf jeden Fall machen. Diese Sachen dürft ihr nicht vergessen, dass die auch drin gewesen sind. Wichtig, wichtig, wichtig. Und ansonsten, so jetzt vorerst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Außer zu den Autos, Freunde. Epic Games hat ja eigentlich sozusagen versprochen, in den ganzen Trailern zu den Battle Passen, dass auf jeden Fall Autos ins Spiel kommen sollen. Das ist auf jeden Fall soweit. Die ganzen Autos sind jetzt ingame. Die waren ja auch schon davor ingame. Nur jetzt gibt es ein paar weitere Informationen. Beispielsweise, Freunde, ist es so, dass wenn ihr mit diesen Autos sehr schnell seid, gegen einen Spieler, gegen ein Objekt oder ähnliches fährt, dann fliegt ihr aus dem Auto wie in GTA. Wenn ihr zu schnell seid und gegen eine Wand fährt, fliegt ihr einfach aus dem Auto und bekommt dadurch ein wenig Schaden. Wenn ihr einen Gegner schnell genug hittet, dann kann dieser auch one-hit durch dieses Auto sein und er stirbt dadurch. Was meiner Meinung nach ein bisschen zu OP ist. Die Autos benötigen Benzin, was ja keine Neuigkeit ist. Es gibt Tankstellen, wo wir tanken können. Und die ganzen Autos sind auf jeden Fall recht schnell, würde ich sagen. Es gibt unterschiedliche Autos. Zu den Autos werden wir später nochmal kommen. Wenn das Update kurz vorm Release ist. Ich werde so einen ganzen Vergleich machen. Welches Auto ist das beste? Was wird es geben? Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist es so, dass die Autos leider noch nicht im Spiel sind, weil wir auf den Wasserlevel warten, der jetzt bald abgesenkt wird. Ich denke mal, aller spätestens Donnerstag ist es soweit. Dort wird der Wasserspiegel abgesenkt. Und aller spätestens dann werden die Autos ins Spiel kommen. Es kann auch sein, dass sie Mittwoch am Start sein werden. Aber das ist eher unplausibel. Eher kommt das Ganze doch am Donnerstag. Und dann, sobald die Autos drin sind, werde ich ein Tutorial machen, wie das funktioniert. Werde euch auch zeigen, welches Auto das schnellste ist. Werd sozusagen halt so einen Test machen für euch. Damit ihr auf jeden Fall Up-to-Date-Zeit und Bescheid wisst, wie das Ganze aussieht. Wie es funktioniert. Was ihr auf jeden Fall euch gönnen solltet. Welches Auto ihr Ausschau halten solltet und und und. Die Sache mit den Autos sollte hoffentlich auf jeden Fall geklärt sein. Schreibt eure Meinung natürlich gerne unten in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ob ihr Bock auf die Autos habt oder eher nicht. Und schreibt auf jeden Fall, welches Pack ihr euch gönnen möchtet. Sommerpack, Rucksackpack, Spitzhacken-Slash-Rucksackpack und das Galaxy-Pack. Welches Pack gönnt ihr euch? Und jeder, der das Video bis hierher geschaut hat, kommentiert Hashtag Galaxy Ehre. Und in die Kommentare würde mich auf jeden Fall freuen. Verteile wieder ein paar Herzen auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, dass es wieder ein Video gewesen sein sollte. Wir hören uns dann soweit im nächsten Video, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.